hallo und herzlich willkommen auf meinen kanal wir sind heute wieder hier auf der seven days to die apokalypse mod und du kannst umzuhlen weil da oben sind aber unterwegs wieder mit dabei wie seht der patrick die sich alle miteinander fliegen auf den kopf der britisch ist das haben wir ausgeholt weiter weiter ok so da oh das haben zwei drei okay passt so mein ziel heute ist ist der händler oder was da ist der händler ok deswegen den serien schon scheint weil das gereicht können nur wenn ja der hat kann das ein wanger oder kann das einmal im gebietsblock gesetzt das kann sein aber wir sind eigentlich befreundet ist eh wurscht ok jetzt bin ich draußen aber ich frage mich wie kriege ich die samen daher oder zusammen ich will es finden müssen weil die befürchtung war wenn ich da ernten tue tomaten oder sowas ich krieg nur die tomaten aber keine dings wirst schon keine samen ja was was können sonst machen ja ich geh jetzt mal ein bisschen holz klopfen damit ich unser kranzhüterl ein bisschen verstärken kann ja ich schau und wenn der neber stadt hat irgendetwas als top und hinter die straßen entlang ok weil ich muss schon in der stadt ob ich da irgendetwas ernten kann beziehungsweise was findet beziehungsweise was findet ich bin ein level up naja da war grad wieder so ein grünes männchen also da ist wieder ein militärrehaberer dann lass in ruhe aber der ist ein bisschen zu stark für mich grad und ich muss sowieso schauen dass ich was zum eisen fände sonst muss ich echt die dings wirst schon die ganzen sachen tomaten oder sonstiges essen wenn du das aufgefallen ist der händler hat jetzt 24 stunden offen gell ja aber nur wie gesagt das problem ist halt dass der händler jetzt genauso schaden nimmt also wahrscheinlich vielleicht ist was drin zum knabbern na ohne zu äh hülsen dings hülsen und sonstiges so kaffee 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 ist immer gut eigentlich glaube ich kaffee im kuchen auch haben sachen und fels scheiße dort sind auch schon wieder so ein peperter marienkäfer bei mir rein hier verschlossen um da sind echt um einiges mehr zombies unterwegs was du schon gelernt ich habe ich habe die spiegel schon gelernt ja okay benutzen hast du dein augen mit ja da fünf eisen von super ich glaube es vom vorteil wenn man beim aufhang bis zu zweit zusammen herumlaufen dann schauen wir mal ist das ich mach einfach so wie beim damaligen spiel einfach alles sammeln und nachher auseinander seitdem alles mittelkisten dahinten Weil ich läuft da da anscheinend gehockte Stall umherum, da tut's da nix. Ja, ein bisschen hab ich Freisen. Hast du nachher ein Freisen? Ja, ich hab da ein Ding von, äh, äh, bei Cordes, äh, Cordbree. Okay. Ah, Wildbreeze. Sonst hast du nix? Ich hab da jetzt, äh, 9000 gefunden. Wenn du uns was brauchst. Ja, ich hab 2.000 Erbsen, hätte ich auch noch. Ich hab 2.000 Birnen und 3.000 Lammkationen. Ja, Breeze. So weit, davor wir jetzt scheißerei kriegen. Hä? Was ist denn was? Okay, das ist neu für mich. Alter. Ich hab grad nur 9, äh, Conti. Und essen und trinken ist auf Null. Weil ich die scheißerei oder was hab. Ach. Ja. 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 Ich hab ja noch eine Pizza. Ah, okay. mit dem Wasser auch. Und die Pizza. Ah, genau jetzt was. Ja. Ich hab ja noch ein Klappchen. Ah, du, ich glaub' ich hab unseren neuen Unterschlug gefunden. Oder? Was meinst du? Was? Da heraum schau dir ja, frischversprechend aus, oder? Ja, vor allem, ähm, es ist damals noch zu, gell? ich hab's zu tun die stelle und wir haben da Tür auch ein Tor kloppen ja wir werden da hersiedeln oder dann bei A-Kisten und du halt die Sachen gleich da eine vor allem wir sind ja Ja. Vor allem, wir waren nicht weit weg vom... 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 vom Jetzigl. Ja. Schau mal ein paar in die Kisten am besten hin. Ja, du brauchst da, weil du laufig. Ja. Schau mal, ob ich dir locken, was da ist oder nicht. Nein. Okay. Warte, ich schalte noch alle Nullschnäuer bei. Ja, schalte ich, gell. Ich tu da gleich eine Bier rein, ich schau gleich, ob du die hast. In der ersten, gleich fünf. Ah, eins hab ich davon. Okay. 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 Du musst jetzt erst ins Inventar ziehen, damit ich das auch lernen kann. Das ist auch neu. Ich hätte jetzt zwar zwei Puppen gefunden, aber keinen Kauchtopf. Ja. Ich tu da einmal das eine, was ich bis jetzt gefunden habe. Die Tausend Lampingst du auch eine. Aber... Das ist nichts für mich. Die Tausend. Also, den können wir nach einmal wieder, aber jetzt... Ja. Ja. Ähm... Was mir gerade eingefallen ist, die Bücher, gell? Also, wo wir lernen tun und das Ganze. Äh... Ich hab nämlich gesehen, wie... Ähm... Ähm... Ich hab nämlich unabsichtlich viel mehr an, an... Things to Lake... Ähm... Bauplan. Also, äh... Kiegel. Ja. Und... Da hab ich gesehen, da hab ich auf einmal eine... Eine... Ähm... Ähm... Eine blauen... Papier... Also, ein blaues Papier hab ich ausgekriegt auf einmal. Okay. Und... 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 Und wenn das mal ist, so wie bei dir kommt, dann schaltest du nun mit DE... Kannst du mit DE-Zerte freischalten. Äh... Was nehmann? Eingangstür da vorne, wenn wir aufklopft haben, gell? Äh... Die da hinten ist schon ziemlich ramponiert. Wo für eine? Da. Der ist ramponiert? Okay. Eine Black vor- und... Aufwerten. Kannst du's aufwerten? Weil mit... Ich hab nur den Steinhammer. Und da auch nach einmal. Okay, da ist... Und da kann ich nix ersetzen. Und von... ... Und... 2 Grammenformen... Hau, ist es okay? Ah, die Klima-Altlung, ja? Ja. Ah, die kannst du jetzt mit E-Looten haben, gell? Okay. Du kriegst da, also ich hab da jetzt, ähm, Techt, ähm, was ist das? Ah, Techt-Brash hast du gekriegt, schaut aus wie, äh, nicht Chips, sondern Computerchips. Okay. Von Blocken, äh, Volk heißt das auch. Alter, hast du das jetzt? Ja, ich hab's besser genommen. So. Wurde ich noch den Ahnen zusammen zerlegt, hab's schnell. So. Ich muss ein bisschen Holz wieder machen. So, das brauche ich eher. Und dann noch einen Stammer nach Sammern. Eigentlich brauche ich keine Stammer, aber ist urscht. so. Und dann noch ein weiter loten, damit ich die Samen alle kriege. So. 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 Aus den Schrein. Wenn ich es nicht gemerkt hab, ist das kein Wesen zu fahren? Ich bin ja schonços animals. Besonders dieifications Aber ich sage, dass ich mich ist etwas Das geht schwingen. Die essen. Das ist Ich habe weniger Hunger. Ist das nicht so? Ja, der Verbrauch von Nahrung ist weniger. Dann habe ich dort einen Punkt rein. Das habe ich nicht überhaupt kaum. Wow! Ich treffe was. Schlag. Wenn ich willst, was? Hm. Das ist nicht dein Ernst. Was denn? Weißt du, was Mikro drauf hat? Nein, aber du müsstest mir sicher gleich sagen. Eine Henne. Ich bin fertig gemacht worden von einer Henne. Bist du gestohlen? Nein, ich habe noch acht Leben. Aber kein Verband mehr oder sonst was. Das war Chicken Norris. Ja. Ja. Oder D benutzen. Das ist für die Verdauung auch gut. Ich habe noch mal nach acht. Ich habe noch mal nach acht. So, passt. Ich war jetzt drüben in der alten Base. Ja. Ich habe noch mal ein paar Sachen gehört. Unter anderem meinen Schlafsack. Ich habe da gerade drei Bücher gefunden. Ah, siehst du, das wäre ja nicht schlecht, wenn ich mir einen holke. Wo ist denn der wieder da drüben? Also, ich werde da drüben gehen vorbei, um zu den Chipsen nachher zu gehen, weil Unproktor habe ich sie schon. Oh. SoRE, viele Teams sind unCHылd? Okay. So, wie efecte? Okay. Ich hab aus dem toten Huhn ein Ei rausgeholt. So... Flam, flam. Ich bin schon unterwegs. Weil... Ich kann nicht so weit hopfen, weil ich allein bin. Und ich kann keine Rahmenformen hinsetzen. Ich bin schon unterwegs. Hast du Verbündeten angenommen? Verbündete und Gruppe? Und jetzt kann ich braun auf einmal. Und dann komm ich da hin. Dann werden wir mal die neueste Kreation probieren. Bist du jetzt noch was drinnen? Ja. da ist nichts mehr drin hast du was gemordet du kannst du nämlich den schockstab jetzt selber herstellen du kannst du jetzt das aber ich nehme an was es loga feier na ich nicht eine loga feier kann ich nicht nicht ich komm nur ein ins loga feier aber niemand kann es nicht ja ich war schon nicht mehr so jetzt das wird jetzt das das wird Oh, das muss ich hier sein. Oh, nein, 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 nein. So. ich muss zählen, jetzt auch das töten mit dem Schockstab Edgert ist auch einfach wieder eine Hand, gell? Ja, es kommt nachher bald wieder die Nacht Ich habe eine Glicke und so, ich... Okay, 4 chicken nuggets frozen chicken nuggets ja davon kriege ich durch falsche gott die kommen in die kisten aber ich hab da was an der sauer gefunden und das benutze ich jetzt damit ich mit dem lämmer mal besser wieder hochkomme und eins noch zwei kalt auf das ist auch voll yo was hab ich nicht fürn scheiß wer da baut was hab ich da wirklich gleich standard korte mehr besser und das korte man der schärfe aufsetzen kann wir haben sogar schon motor ja da 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 so aber die zeit ist schon wieder rum liebe leute das war's dann wieder für heute wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich wünsche euch noch einen schönen tag beziehungsweise schönen Abend je nachdem ihr schaut bis zum nächsten mal einerseits habt ihr euch gehört tschüss 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 tschüss